Was ist die Vorratsdatenspeicherung? Eigentlich hätte heute die finale Abstimmung im Europäischen Parlament dazu sein sollen. Die ist allerdings nochmal verschoben worden, weil offensichtlich auch bei einigen Parlamentariern Zweifel aufgekommen sind, ob das so eine gute Sache ist. Genau der richtige Augenblick, um für die digitale Zivilgesellschaft nochmal reinzukrätschen und aktiv zu werden. Deshalb haben wir von der digitalen Gesellschaft eine kleine Videokampagne gestartet. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wir wollen die europäischen Parlamentarier, die Abgeordneten des Europaparlaments auffordern, mit Nein zu stimmen bei der Abstimmung über die PNR-Richtlinie. Und wir wollen das nicht alleine machen, sondern wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Leute das mitmachen. Unter dem Hashtag No PNR sammeln wir bei YouTube und Twitter kurze Videos von Menschen, die sich direkt an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments wenden und ihnen sagen, was sie von der Einführung einer Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten halten. Im Idealfall nämlich nichts und wir laden euch ein dazu mitzumachen, das müssen keine langen Videos sein und keine mega elaborierten Texte. Es reicht einfach zu sagen, liebe Abgeordnete, mir ist meine Privatsphäre wichtig, deshalb möchte ich nicht, dass ihr beschließt, dass es eine Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten in Europa gibt. Wenn ihr kein Video Equipment habt oder sonst was, wenn ihr das nicht mit dem Handy machen wollt, herzliche Einladung, schaut doch mal bei uns im Büro vorbei, Sophienstraße 5, da können wir die Videos auch mit unserer Kamera aufnehmen. Vielen Dank.